Bei den Kollegen der Bichern Academy tauchen immer wieder die gleichen Fragen durch Probleme beim Einbau von Feder und Stoßdämpfer auf. Diese Schwierigkeiten möchten wir heute mal darstellen, die Lösungen gleich präsentieren und vielleicht sind auch nützliche Tipps und Tricks für dich mit dabei. Ja, Rainer, aus deiner Erfahrung heraus, was bedeutet das denn für alle Beteiligten, wenn Fehler beim Einbau von Stoßdämpfer und Federn passiert sind? Also für die Werkstatt, den Mechaniker, aber natürlich auch für den Kunden. Ja, Fehler sind ärgerlich. Das heißt, wenn gerade beim Einbau solche Fehler passieren, kann es durchaus sein, dass der ganze Werkstatt einfach durcheinander gebracht wird. Das heißt, ein Bauteil geht kaputt beim Einbau. Ich muss was Neues mir besorgen, ein neues Bauteil. Ich kann diesen Termin vielleicht beim Kunden gar nicht einhalten. Ich muss den anrufen und sagen, okay, nein, das Auto wird heute nicht fertig oder eben zwei, drei Stunden später. Gleichzeitig haben wir aber manchmal wirklich auch das Problem, dass wir diesen Fehler gar nicht direkt erkennen. Das heißt, ich mache als Meister meine Probefahrt, stelle alles fest, alles ist in Ordnung, übergebe das Fahrzeug und zwei Wochen später steht der Kunde wieder vor der Werkstatt und sagt, ich habe da ein Problem, ich höre da irgendetwas, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Das heißt, an diesem Tag geht der ganze Werkstattatt komplett durcheinander. Das heißt, ich kann ihn ja nicht wegschicken, sondern ich muss mich sofort diesem Problem annehmen. Ich muss den Kunden bevorzugt behandeln. Gleichzeitig muss ich ihm vielleicht auch einen Leihwagen geben. Das heißt also, Kosten, die entstehen, wären natürlich viel, viel höher. Und diese ganzen Informationen, die dann vielleicht an der Werkstatt nicht angekommen sind, das nehmen wir uns zu Herzen. Das heißt also, wir von der Akademie versuchen durch Schulung, Training, alle möglichen Informationen zu geben, dass eben solche Fehler nicht passieren. Und das ist ja ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Das heißt, hier geht es auch um die Gesundheit aller Insassen und welche Fehler das sein können und welche Problematiken da entstehen. Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben die Probefahrt durchgeführt und ein schwammiges Fahrverhalten festgestellt. Genau. Bei der Sichtprüfung konnten wir feststellen, dass der Stoßdämpfer defekt ist und haben dabei natürlich Anbaumaterial vom Domlager über Stoßdämpfer zum Querlenker alles überprüft. Die Produkte haben wir im Online-Katalog ausgewählt. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass man fahrzeugspezifische Merkmale wie Fahrzeugausstattung oder auch die Achskonstruktion überprüft. Anhand dieser Informationen haben wir hier für dieses Fahrzeug, für Fahrzeuge mit Mehrlenkerachse und Standardfahrwerk, entsprechende Stoßdämpfer ausgewählt, Anschlagpuffer und Staubschutzsatz ebenfalls mitbestellt. Diese auf Kompatibilität geprüft und auf Vollständigkeit. Ja, und was dann trotzdem passieren kann bei unseren Schulungen, da ist es eben so, dass doch sehr häufig nachgefragt wird, was kann denn da alles noch passieren, wie kann ich meine Mechaniker weiterbilden, was gibt es da alles. Da haben wir früher ganz viele Stoßdämpfer gehabt, um diese ganzen Beschädigungen zu zeigen, aber im Endeffekt haben wir jetzt einen. Den haben wir ja vor Jahren aus dem Auto ausgebaut und da sind wirklich so viele Fehler dran, die wir also jetzt nicht extra für irgendeine Schulung dargestellt haben, sondern da ist wirklich realitätsnah aus dem Auto ausgebaut worden. Wir haben hier zum Beispiel eben dieses langgezogene Gewinde. Bei diesem langgezogenen Gewinde ist es eben so, so ein typischer Schlagschraubereinsatz. Dadurch, ja, haben wir zu viel Drehmoment auf dem Gewinde, das zieht sich eben lang. Zum anderen kann aber Folgendes noch passieren, die Kolbenstange fängt an zu rotieren und im Stoßdämpfer selber ist ja der Arbeitskolben auf der Kolbenstange fixiert mit einer Mutter. Die kann sich auch lösen oder mehr anziehen. Das heißt, beides ist eigentlich schlecht und die Dichtung kann beschädigt werden. Genau, und um das zu verhindern, ist es erforderlich, dass man an einem sauberen Arbeitsplatz mit geeignetem Werkzeug die Stoßdämpfer montiert, demontiert. Dafür gibt es einen Steckeinsatz, womit ich die Kolbenstange fixiere und die Befestigungsmutter entsprechend festziehen kann. Gleichzeitig kann es sein, dass man eben dieses Werkzeug nicht benutzt und denkt sich, ich setze einfach hier oben so eine Grippzange an oder Wasserpumpenzange, halte die Kolbenstange fest, um das Ganze anzuziehen. Das heißt also, man kann hier wirklich eben erkennen, im oberen Bereich der Kolbenstange, dass wir hier dann eben solche Beschädigungen haben. Dabei ist es eben klar, gehen diese Beschädigungen durch das Verschlusspaket, haben wir wiederum einen Ölverlust. Das heißt, der Stoßdämpfer wird beschädigt. Gehen wir weiter herunter und gucken uns die Kolbenstange an, sehen wir hier vorne eine Beschädigung, eine Abplatzung. Das ist so ein typisches Indiz, das Auto ist ohne Schutzrohr gefahren oder Anschlagpuffer, Schutzrohr waren zu alt und haben sich eben vom Stützlager gelöst, sind heruntergefallen und somit kann dann eben hier vorne eine Beschädigung auftreten. Das sind eben solche Punkte, die entstehen und immer dann, wenn diese Beschädigung durch das Verschlusspaket geht, wird dann Öl heraustransportiert. Wenn wir jetzt einfach mal hier weiter runter gehen, dann sehen wir hier oben zum Beispiel diesen ganz leichten Ölverlust. Das heißt, immer, wenn wir Stoßdämpfer ersetzen, auf das Schutzrohr und den Druckanschlag achten und die direkt neu bestellen. Gehen wir weiter runter, haben wir hier vorne eben zum Beispiel symmetrisch angeordnete Beschädigung. Das weist ganz klar auf eine Einspannung im Schraubstock hin. Das heißt also, man hat einfach dieses Rohr gequetscht und da ist eben das Problem, dass durch diese Quetschung eben die Laufbahn des Arbeitskolbens beschädigt wird. In dem Fall wäre es sinnvoll gewesen, so ein Prisma zu verwenden, so ein Stoßdämpfer Prisma, womit man mit so Kunststoffbacken den Stoßdämpfer fixiert. Wenn wir dann einfach weiter runter gehen bei diesem Stoßdämpfer, sehen wir hier die Gummimetallverbindung. Diese Gummimetallverbindung ist eben leicht ausgewandert. Diese Auswanderung kann eben ein Indiz sein für eine Beschädigung. Wir gucken uns diesen Stoßdämpfer nochmal genauer an und dann sehen wir hier oben wirklich einseitig, wie die Chromschicht verschlissen ist. Das ist eben zum Beispiel ein Indiz dafür, dass wir vielleicht am Fahrzeug einen Unfallschaden hatten. Das heißt, die Kolbenstange kriegt zu viel Seitenkraft und somit wird die Kolbenstange in der Chromschicht beschädigt. Das Gleiche kann auch passieren, wenn Anbauteile falsch montiert sind. Und zu guter Letzt, das was wir leider relativ häufig auch immer noch sehen, ist dann zum Beispiel eben genau das gleiche Schadensbild. Aber es kann zum Beispiel herrühren, indem der Stoßdämpfer eben nicht spannungsfrei eingebaut worden ist. Genau, und mit spannungsfrei ist gemeint, dass das Rad, dass die Buchsen, im Grunde genommen in der Position befestigt werden, wenn das tatsächlich auf den Rädern steht. Nicht auf der Zwei-Säulen-Bühne, wo das Rad ausgefedert ist, sondern wie wir es hier jetzt im Grunde genommen haben, dass das Fahrzeug auf den Rädern steht. Wir haben den neuen Stoßdämpfer schon eingesetzt. Die Schraube ist noch nicht fixiert und ich werde sie jetzt erstmal vorziehen. Und befestige es mit dem Anzugsträmmoment, welcher der Fahrzeughersteller definiert. Eine anschließende Achsvermessung ist erforderlich, um die sichere Funktion des Fahrwerks zu gewährleisten. Natürlich ist die Probefahrt darauf folgend unerlässlich. Ihr seht, manchmal entsteht durch einen kleinen Fehler eine große Wirkung. Es ist so, dass wir in der Bildschreinakademie bei Schulungen und Trainings dementsprechende Informationen geben, sodass eben solche Fehler nicht entstehen können. Es ist dabei aber auch wichtig, dass alle in der Werkstatt dieses Wissen haben. Das macht natürlich Sinn. Jetzt stellen wir uns mal vor, es kommt ein Auto in die Werkstatt, was man als Mechaniker eher selten bearbeitet. Was redest du in dieser Situation? Da kann man lieber einmal zu viel als zu wenig bei uns anrufen. Das heißt, wir gucken genau nach, welche Hilfestellung können wir geben, vermitteln das eben der Werkstatt oder dem Mechaniker. Der kann das Auto dann dementsprechend fachgerecht reparieren. Und diese Online-Trainings bei der Bildschreinakademie, die sind sogar kostenlos. Das heißt, als Mechaniker oder Werkstatt muss man nur ein bisschen Zeit investieren, um danach richtig Geld zu sparen und vor allem zufriedenere Kunden zu haben.